Gibt es noch was, was Sie abschließend noch gerne sagen würden? Ja, also das, was ich so geschafft habe, kann ich wirklich sagen. Da habe ich echt viel, viel meine Lebensqualität und bin selbstständig. Ich kann ganz viel machen und ich finde mich auch im Lebensweg gut zurecht. Ich bin froh, dass ich mal eine Familie habe, die mich so sehr unterstützt hat. Und da freue ich mich halt immer noch sehr, dass ich eine Familie habe, die mir zur Seite steht. Und da freue ich mich auch sehr drüber, dass wir so viel gekämpft haben dafür und dass es sich gelohnt hat zu kämpfen und sich auch weiter durchzubocken. Bis zum nächsten Mal.